Hey Leute, was geht? Also, heute haben wir gemeinsam die Ehre, zu einem Song von John Dasman, Sexy, gemeinsam eine richtig chillige Kurve zu tanzen. Im Normalfall ist es ja für meine Open Class, beziehungsweise für die Erwachsenenkurse, aber alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen, hier mitzutanzen und Spaß zu haben. Wir fangen an auf der zweiten Acht, im folgenden Beat, und zwar haben die Arme auf, zu, hoch und gießen. Füße haben rechts, links, rechts, links. Die Kombination ist 1, 2, 3, auf 4, die Arme gehen runter, auf 5 und 6. Öffnen, dabei hast du rechtes Bein und linkes Bein. Du setzt ab, machst auf 7, 8 Welle, Welle. Wir haben eine Kombination von Acker. 7, 8, 1, 2, 3, auf 4, 5, 6, 7, 8. Machst einen kleinen Schritt nach links, sprich nach hinten. 1, dabei geht der rechte Arm, der rechte Hand geht hoch, auf 2. Wir gehen über links mit einer Schrittdrehung nach hinten. 1, 2, 3, und 4. Wir warten also auf 5, 6 Welle. 7, 8, und 1, 2, 3, und 4. Die Arme kommen auf 5, Ellbogen, Ellbogen, dabei rechtes Bein, 5, 6. Du gehst raus, Kreis nach außen, Kern, Zeigefinger nach unten. Dabei hast du 5, 6 und 7, 8. Kombination von Anfang, 7, 8. Du hast 1, 2, 3, auf 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, und 4. Wir jumpen, Entschuldigung, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Rechtes Bein geht nach hinten, rechte Hand hoch. 1, Wechsel. 2, 9, du musst nach hinten, du musst in die Kamera verpassen. 2, du hast Schritt mit links, Drehung auf 4 mit rechts. 4, wir warten also. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Du jumpst auf 5 nach hinten, auf 7 nach hinten. Dabei hast du die Arme von oben nach unten, von oben nach unten. Spricht nach der Drehung, 5, 6, 7, 8. Kombination von Anfang, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Soweit hält. Gut. Nächste Acht ist relativ easy. Du chillst, du chillst, du chillst, du chillst, du chillst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtet drauf, dass du auf 8 geschlossen bist. Es geht weiter. 7, 8. 1 und 2. Letztendlich hast du rechtes Bein raus. Längs kreuz hinten. Dabei Handfläche zeigt nach oben. 1 und 2. Du schließt. Du schließt. 3, 4. Das heißt, die Arme Komponenten. 5, 6 ist der Kopf. 5, 6. Ganz leichter Schritt. 7, 8. Wir pushen einfach hoch, hoch. Atmen. Wir kommen, bevor die Kolo anfängt. 1, 2, 3, auf 4, 5, 6, 7, 8. Wir gehen wieder mit rechts, rechte Schulter. 1 und 2. Dabei kommt das linke Bein. 1, 2, du kickst. 3, 4, gehst runter. Die Arme gehen raus. Das heißt, K. Winkeln an. Du kommst hoch. Kreuz. Das heißt, es war 1 und 2, 3, auf 4, 5 und 6. Jetzt ganz easy, Schritt nach hinten. 7, auf 8. Ganz lässig, locker dabei den Oberkörper. Mitziehen, mitziehen. Das heißt, die Kurve war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 7, 8. Sorry. Wir gehen gleich weiter. 1, 2, das heißt, du schleuderst einmal rum. Dann hast du rechtes Bein nach hinten. Und die Arme. Wechseln. Wechseln. Und ziehen. Zurück. Push. Und acht. Wir waren also auf 1, 2, 3, auf 4, 5. Und sechs. Sieben. Acht. Und eins. Zwei. Drei. Auf. Vier. Und fünf. Sechs. Sieben. Und ab. Kombination. Alles von Anfang. Sieben. Acht. Du hast eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und eins. Zwei. Drei. Auf. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ab. Eins. Zwei. Drei. Auf. Auf. Vier. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ab. Eins. Und zwei. Schild. Drei. Auf. Vier. Kopf. Auf. Sechs. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Sieben. Ab. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Sechs. Sieben. Ab. Ganz lässig. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Ab. Ganz lässig. Und das war's für heute.